Na komm Und wie viel Geld besitzt du auf dein Vermögenskonto? Oh, ich hätte mal 12 Millionen Also hast du ja 12 Millionen Ich hab 3 Ja, du hast grad gesagt du hast 12 Hatte Ah, du hattest In guten alten Zeiten Oder möchtest du mich hier anblüffen? Nein, das ist eigentlich ne ziemlich dumme Geschichte Warum? Ja, ich hab mir auch diesen Duff geklaut Und einen Helikopter mit 2,7 Oh Ja, wo sind die jetzt? Ich hab nur noch den Heli Aber wie das? OG haben mir den geklaut Ja, du bist doch bei OG Ja, das war früher Davor Also bist du zu deinen 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 besten geklauten Freunden gegangen? Ja Die haben dich beklaut und du gehst auch noch zu denen? Ja Ja Dein Ernst Die Jugend von heute, die versteht ja gar nichts mehr Also die OG beklaut dich und du gehst zu OG Ja ungefähr Ja, du kannst auch zu mir kommen Ja Ich hab mich schon eingefunden Komm Komm, wir untergehen die Nein Hast du Angst? Ja Die sind halt alle loyal, weißt du? Wieso? Loyal Ja, deswegen haben die dich erst beklaut Und dir zu bezeigen Wie loyal die sind Ja, wir waren in verschiedenen Gangs Achso Deswegen Und welcher warst du? SD SD Oh SD SD NSD Ach NSD Ich hab verstanden SD Softwings NSD Ach Das ist aber ne ganz alte Partei Die NSD Richtig? NSD, ja Also die Nationalsozialistische Deutliche Partei Hast du doch grad gesagt Die NSD Ich glaub die hat heutzutage ne andere Bedeutung Achso Ich kenn ja nur die gute alte Zeit, gell Ich mach ja nicht mehr so lang Ich muss noch ein bisschen für die Rente machen Ihr habt ja noch viel Zeit vor euch Aber ich Guck mich mal an Ich bin alt Gebrechlich Du hast auch kaum Haare auf dem Kopf Ja, die fallen mir schon alle aus Aber du hast ein paar mehr Haare an dir Und Ich bin ja auch ein Wookie Das wissen aber nicht viele Ja Erzählst du auch bitte keinem weiter Äh ne Erstmal verarbeiten hier Unterhalten Ernsthaft So kann ich nicht verkaufen Ja wir haben ja auch ein bisschen mehr Platz als hier Auf jeden Fall Auf jeden Fall wir verkaufen jetzt ne Also Ende ne Okay Machst du dann noch wieder zurück? Verarbeiten meine ich Und dann auch ein bisschen mehr Und dann Und dann Lass uns die Alles klar, dann fahre ich mal. Hoppa lappa. Hast du noch was in deinem Inventar? Äh, was denn? An, äh, Heroin? Äh, nein? Du? Ich habe da alles reingetan. Okay. Weil ich würde gerne mal ausrechnen. Wie viel ist das? 301. Also meistens habe ich 25 oder sowas. Au. Wie viel bekommen wir jetzt für Heroin? Keine Ahnung, wir müssen es halt nochmal durch 2 nehmen. Ja. So, da haben wir noch eine ganz schöne Strecke vor uns. 6. Ne, 5,5. Jo. Dann dauert das. Hast du schon mal vom Jagdgebiet da oben gehört? Ja. Ja. Und? Da kriegst du ja auch Geld, ne? Und? Ich habe noch nie gejagt und noch nie jemanden gefragt, wie ich es ist. Na ja. Weißt du, wie du es am besten machen kannst. Du, du, also ihr und ein Clan, was ihr euch nicht so leiden könnt, trefft euch da oben am Jagdgebiet und dann kann das Jagen beginnen. Ich dachte, man soll dort einfach nur Tiere jagen. Ne, ne, ne. Es werden Clans gejagt. Ach, wir reden schon über Tiere jagen und Pelz verkaufen. Achso, man kann aber auch da oben die Clans jagen. Kriegst du mehr Geld. Ich glaube nicht, dass dort irgendein Clan, äh, rumhockt. Na ja. Seid ihr nicht so sicher. Also, ab heute, 15 Uhr. Sind zehn Leute da oben. Wer gegen wen? Das bleibt eine Überraschung. Weißt du es noch nicht? Nein. Tja, ich auch nicht. Du musst jetzt sagen, Schenkelklopfe für Beinamputierung. Das war ein Flachwitz. Hast du nicht verstanden, oder? Ne, ich bin gerade so. Du könntest mir 10.000 Witze erzählen und ich würde dir nicht checken. Okay. Da treffen sich zwei Truppen, ne. Die eine sind OG, die andere Kartell. Wer ist das zusammen? Was passiert da? Ja. Ja. Wer ist der Gejagte und wer ist der Gefickte? Die haben gegen Katte schon öfters gemacht. Also OG. Also OG ist der Gefickte. Fickte? Fickte? Keine Ahnung. Die Jungs haben halt ein bisschen mehr Geld als wir. Also die OGs, die ficken und die anderen, die jagen. Kann ich nicht sagen. Also verstehst gerade nicht den Sinn, den ich meine, oder? Keine Ahnung. Ja. Unsachlich, du bist müde. Ich verstehe. Aber, Fick, den, du musst halt gerade fahren, sonst kann ich nicht mit. Ja. Weil ich kein Geld habe. Ausrüstung kostet gerne mal eine Million. Ja, Geld macht sexy. Fick hier schon auch, wie... Wie der Babo, der Babo. Okay. Ja, ja, ja. Lass die Hand über der Decke. Ich sehe es. Wow, 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 wow. Ich habe keine Kontrolle mehr. Ich habe einen schwarzen Bildschirm. Hallo. Hallo. Mein Ernst? Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Oh. 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 Hattest du gerade auch so ein FPS? Oh. Oh. Ich habe, ich habe so ein Flacker Bildschirm. Da steht Task Force Radio. Bleib stehen. Bleib doch einfach stehen. Ja, ich stehe doch. Oh. Ich stehe gerade weiter. Siehst du nicht, dass ich stehe? Oh. Oh. Scheiße. Oh. Drück A, drück A. Ah. 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 Ist eh wieder was. Perfekt. Oh. Falsch. Aktualisiert. Dreh um. Wie? Dreh um. Ist doch richtig. Wir sind falsch gefahren. Wir müssen jetzt eigentlich auf dem Berg hoch. Der? Da kommst du auch wohl nicht hoch. Der ist viel zu steil für den Truck. Ach. Das schaffen wir. Du machst das halt dort vorne beim Öl der Händler. Ja. Also gleich links, ne? Ja. Wo? Wo lang? Ich habe die Karte gerade nicht offen. Ja, die nächste links. Okay. Da ist sie auch schon. Einfach jetzt gleich. Vollgas. Hier. Die nächste nehmen wir jetzt rechts. Nächste rechts? Ja. Rechts. Wow. Oh, jetzt stecken wir fest. Nicht geradeaus. Nicht geradeaus. Jetzt geht das. Das Ding ist zu nahm für den Berg. Oh. Nichts ist zu schnell, wenn es zu lahm ist. Oh, das geht doch gut hier. Guck mal. Wow, wow, wow. Viel zu langsam, oder? Oh, ich habe einfach nur Angst, dass das Ding hier oben steht. Weil mir gehört das nicht, dir gehört das nicht. Scheiße. Mal weiter. Mach ich doch. Ist jetzt vereint. Ich gebe doch schon Vollgas. Hast X gedrückt. Ich kenne den Trick. Mach. Oh. Ich werde mich verärzt. Ah, stimmt. Ich habe die Handbremse vergessen, so etwas zu machen. Die nächste wieder links, bitte. Guck mal, hier ist ein schönes Kreuz. Hier ist schon jemand gestorben. Wo denn? Da. Warte. Auf der linken Seite kommt jetzt gleich ein Kreuz. Da ist jemand gestorben. Siehst du? Da, guck. Das ist ein bisschen... Echt ein Kreuz? Da. Siehst du den? Einfach, äh, Wegbescheibe oder sowas? Jesus Christus. Guck mal, ist gekreuzigt. Ja, dann hau mal hier ein kleines Gebet raus. Ave Maria. Gesegnet sei du. Gesegnet sei all die, die auf diesen Server... Links! Ich dachte, rechts! Nein! Wow! Oh, du machst mich fertig. Wow! Ich! Ja. Guck mal. Ich hab Erfahrung. Bei mir. In meinen alten Jahren. Die jungen Leute hat alle, habt alle nur noch Schiss in der Buchs. Ja, das stimmt. Ja. Sag ich doch. Wenn der drauf geht, dürfen wir ja zahlen. Was? Dann lass mal hier. Links. Oh, rechts. Links. Geradeaus. Geradeaus. Ja. Na ja, Anleger vertrauen. Verlieren Vertrauen in Dollar. Ab in den Euro. Nächste links. Ich komme. Wow! Oh, wir stecken fest. Hier. Ich schaffe ein Maße hoch. Ja, voll. Vollgas. Ja, Mann. Klappt. Das muss klappen. Ansonsten steigst du aus und schiebst. Ich schaffe es nicht. Oh, wir sind da. Am besten hier Anheim. Nein, wir fahren natürlich rein. Oh. Das schaffen wir doch nicht so. Warte ab, warte ab. Schaffen wir hier hoch? Ja, ne? Nee, ich glaube das ist viel zu schnell. Oh, das schaffen wir. Oh, das schaffen wir. Oh. Oh. Ach, park einfach lieber bevor hier irgendwas passiert. Komm, die paar Meter können wir doch hoch gehen. Nee, das ist, das ist doch. Dann können wir doch nach oben. Kann man da oben rein oder fahren? Irgendwo. Nee, nee, nee. Jetzt bleib einfach stehen. Man läuft hier. Ernsthaft? Ich, ich kenn ja noch einen besseren Weg, warte. Ach, Manu. Oder auch nicht. Oh, wir stecken fest. Hups. Ich glaube, jetzt müssen wir laufen. Siehst du, hochgehoben und los geht's. Warte, warte. So, los. Jo. Oh, jetzt kann ich mich mal ausruhen hier hinten. Oh, ist das schön. Fahren wir aber nicht den Hang runter. Oh. 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 So, hier. Hier können wir laufen. So. 201 sind drinne. Der Preis verändert sich. Äh. Wir müssen uns da beeilen, um es so schnell machen wie es geht. Okay. Erstmal hier rausholen. So. So, wir gehen jetzt verkaufen, Leute. Wir verkaufen auch gerade. So, wir gehen jetzt verkaufen, Leute. Wir verkaufen auch gerade. So, wir gehen jetzt an. Alles warten. Oder, ne, komm. Ah, ich muss hier die Lizenz kaufen, ne? Ne, du kannst doch auf Schwarzmarkt, okay. Schwarzmarkt. Ja klar. Wow, Alter. Puh. Ah. Kalau. Okay. Let's start. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Soll ich dir dann das Geld geben?